Tom's Talk Time, Folge 790. In der heutigen Episode gibt es ein richtig cooles Update von uns persönlich. Und wir reden heute über das Thema Business Class Fliegen und warum die teuren Tickets eigentlich super günstig sind. Tom's Talk Time.com, der Erfolgs-Podcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaunis. Hallo Podcast Nation. Ich begrüße dich heute wieder bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel aus dem Las Vegas Baby. Yes, wir sind wieder zurück in den USA. Sind jetzt vor, ich glaube, zwei Wochen so was die Ecke, sind wir geflogen, sind wieder hier drüben angekommen und es ist wieder richtig, richtig cool, wieder in den USA zu sein. Wir werden jetzt hier den Sommer verbringen, um dann natürlich wieder nach der heißen Zeit in Dubai, also temperaturbedingt heiße Zeit, wieder nach Dubai zu fliegen. Jetzt genießen wir erstmal hier die USA und das richtig Coole ist, es kommt mein Papa und seine neue Lebensgefährtin jetzt demnächst hier zu uns. Und wir machen dann für circa acht Wochen einen Roadtrip mit Wohnmobilen. Das heißt, die beiden mieten sich ein Wohnmobil, wir fahren mit unserem und werden dann hier durch wirklich so ziemlich den ganzen mittleren Westen fahren, durch die ganzen Nationalparks und richtig viel Zeit miteinander verbringen. Und das ist auch wieder was, wo ich sage, wow, das ist so geil, wenn man ein ortsunabhängiges Business hat, wenn man ein automatisiertes Business hat, wo man eben nicht jeden Tag daran arbeiten muss, sondern das auch einfach mal ein paar Wochen oder Monate in Anführungsstrichen auf Autopilot stellt und das von alleine Geld reinbringt. Dafür bin ich wirklich immer wahnsinnig dankbar. Aber das soll heute nicht das Hauptthema sein, sondern heute geht es um das Thema Business Class Fliegen. Und zwar, ob das teuer ist oder ob das nicht vielleicht doch super günstig ist. Schauen wir uns einfach mal ein paar Vor- und Nachteile vom Business Class Fliegen an. Zunächst mal müssen wir uns natürlich über den Preis im Klaren sein. Business Class Flüge sind in der Regel auf jeden Fall erstmal teurer als Economy Flüge. Das ist ganz klar. Preise variieren natürlich. Es gibt dann auch verschiedene, irgendwelche speziellen Angebote, Meilendeals und, und, und. Aber wenn wir einfach mal, um das vergleichbar zu halten, ein Beispiel mal herausgreifen. Und zwar der Business Class Flug von Dubai nach Los Angeles mit Emirates kostet als One-Way-Flug circa 5.000 bis 6.000 Euro pro Person in der Economy circa 900. Wenn man Hin- und Rückflug nimmt, Business Class, sind wir bei circa 10.000 Euro pro Person in der ECO circa 1.500. Das ist natürlich erstmal auf den ersten Blick echt eine krasse Preisdifferenz, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Ganz klar. Weil nur, ich sage mal, um den zehnfachen Preis zu zahlen, damit man ein Bett hat und schlafen kann für eine Nacht, ist halt die Frage, ob das so gerechtfertigt ist oder ob man einfach mal eine Nacht durchmacht und nicht pennt. Aber egal, der Reihe nach. Es gibt natürlich einige Vorteile, die die zusätzlichen Kosten natürlich auch wieder irgendwo wettmachen können. Wenn du Business Class fliegst, hast du zum einen logischerweise viel mehr Platz und Komfort. Das ist ganz klar. Man bekommt in der Regel größere Sitze. Man hat wirklich normalerweise auch eine flache Liegeposition, also diese sogenannten Live-Flat-Sitze. Also ich rede jetzt von Langstreckenflügen. Also bei einem Business Class Flug jetzt auf Kurzstrecke, das ist was, was in meinen Augen eigentlich Blödsinn ist, ganz ehrlich. Also wenn ich jetzt von München nach Düsseldorf fliege, ob ich da jetzt Business fliege oder ECO, macht für mich persönlich überhaupt keinen Unterschied. Auf Langstrecke natürlich schon. Wenn ich die richtigen Business Class World Seats habe, die ich komplett flach machen kann, wo ich wirklich richtig schlafen kann, noch eine Matratze bekomme, die auf den Sitz noch gelegt wird, dann schlafe ich da wie ein Baby. Das ist natürlich schon richtig, richtig cool. Also das lohnt sich auf jeden Fall auf sehr langen Flügen. Wie gesagt, Dubai LA sind über 16 Stunden, ich glaube 16,5 Stunden oder sowas. Da kommen wir dann schon wirklich richtig ausgeruht an. Zusätzlich hast du natürlich noch Zugang zu den Business Launches. Also das heißt, du kannst an den Flughäfen vor dem Abflug oder wenn es irgendwie mal eine Zwischenlandung ist und du umsteigen musst und dann noch Zeit hast, auch dort jeweils in die Business Launches gehen und kannst dort auch essen, trinken und natürlich dann auch alles for free und auch recht reichliche Buffets gibt es dort. Und genau, man kann dann die Zeit im Flieger einfach für andere Dinge nutzen, als sich vom Essen wecken zu lassen, sagen wir es mal so. Ein weiterer großer Vorteil in der Business Class und das ist für mich eigentlich der absolute Vorteil oder der Hauptvorteil und das absolute K.O.-Kriterium, warum ich Business Class fliege auf Langstrecke ist, dass man geschäftlich dort netzwerken kann. Wenn du einfach mal überlegst, wer fliegt in der Business Class? Wer zwischen 5.000 Euro oder 6.000 Euro für ein One-Way oder 10.000 Euro für ein Return Ticket ausgibt, der hat in der Regel ein bisschen mehr Geld. Das heißt, das sind normalerweise Geschäftsleute, die ein gut laufendes Unternehmen haben und und und. Das heißt, hier trifft man einfach auf Passagiere, die auch sehr oft sehr erfolgreich sind in dem, was sie tun und natürlich auch über ein hohes Einkommen verfügen. Das bedeutet, dass du dort potenzielle Kunden und auch Geschäftspartner kennenlernen kannst und das ist einfach eine geniale Möglichkeit, Kontakte zu knöpfen. Nicht zu knöpfen, zu knüpfen. Als Beispiel jetzt unser letzter Flug, wie gesagt, von Dubai nach L.A. jetzt hier vor ein paar Wochen. Wir sind mit Emirates geflogen, mit dem A380 und der A380, das ist wirklich das Geniale. Der hat oben im Upper Deck hat er praktisch First und Business Class und hinter der Business Class ist die Sky Launch oder die Sky Bar. Das ist wirklich eine kleine Bar, die so ein bisschen eigentlich, ja, wenn man hinten ist, hat man das Gefühl, man ist in einem Privatjet unterwegs. Ein paar kleine Sitzgruppen, dann eben die kleine Bar in der Mitte. Das ist wirklich recht schon fast familiär, wie das dort ist. Und eigentlich während des ganzen Fluges tümmeln sich hinten immer eine Handvoll Leute. Ja, man kommt super einfach ins Gespräch, weil die, die hinten in der Bar sind, die sind nicht in der Bar, um sich nur die Beine zu vertreten, sondern die sind in der Bar, weil sie auch, ja, sich einfach mit Leuten unterhalten wollen, um die Zeit irgendwo ein bisschen totzuschlagen, um interessante Leute kennenzulernen und, und, und. Und das ist das, wo in meinen Augen wirklich die Goldstückchen drin liegen. Und das war bisher wirklich so, auf jedem einzelnen Flug, wo ich die Möglichkeit des Netzwerks genutzt habe, das heißt, wo ich dann auch wirklich viel hinten in der Bar war, hat sich immer irgendwas ergeben. Und das ist einfach was, wenn du dort jemanden kennenlernst, der ein potenzieller Kunde oder ein Geschäftspartner ist und du dann einen Deal abschließt, der in Anführungsstrichen nur, wo du nur 10.000 Euro dran verdienst an diesem einen Deal, dann ist dein Flug quasi kostenlos gewesen. Ja, dann hast du das Ticket gratis bekommen und das hat dir dann ein anderer Passagier bezahlt. Also, in Anführungsstrichen, du weißt, wie ich das meine, ne? Und das war jetzt zum Beispiel auch so. Auf dem, auf dem Hinflug, ähm, auch ein paar Leute kennengelernt. Bei einem, ähm, da bahnt sich jetzt gerade wirklich was Größeres an. Und zwar ist das ein recht erfolgreicher Immobilieninvestor, der auch regelmäßig zwischen Dubai und L.A., also Los Angeles hin und her pendelt. Und da haben sich ein paar sehr gute Gespräche ergeben und wirklich richtig gute Synergien, wo wir ihn mit einer meiner Firmen richtig gut unterstützen können. Und da geht es auch um etwas größeres Volumen. Also, da habe ich gleich mehrere Business Class Flüge mal direkt raus. Und das, ja, mit einem Gespräch, mit einem Deal. Und das ist das, was ich eigentlich damit sagen will. Business Class Fliegen, ja oder nein, lohnt sich oder lohnt sich nicht, kann man nicht pauschal sagen. Es kommt drauf an. Es hängt davon ab, was du ganz persönlich aus dem Business Class Flug machst. Und natürlich auch, welchen Flieger du wählst. Du hast oft die Möglichkeiten, was heißt oft? Also, man hat immer die Möglichkeit, wenn man online bucht, dass man dann auch sieht, wenn man sich die Flüge aussucht, welcher Flieger ist dort unterwegs. Ist es eine 777, ist es der A380? Und ich versuche bei langen Strecke immer eine Fluggesellschaft mir rauszusuchen, die auf dieser Strecke auch ein A380 fliegt. Weil der A380 ist in meinen Augen das beste Flugzeug einfach zum Networken. Das ist also, wie gesagt, wenn du da hinten an der Bar bist, mal abgesehen davon, dass das auch total cool ist, hinten an der Bar zu sein und ja, man sich schon irgendwie auch ganz cool fühlt. Aber netzwerktechnisch ist das einfach gigantisch. Das ist in meinen Augen der absolut beste Flieger. Wenn du natürlich den Flug in Anführungsstrichen nur nutzt, um zu schlafen und dich zu entspannen, gut, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob der Preis dann gerechtfertigt ist. Aber ich meine, gerade wenn ich lange Strecke fliege, ich fühle mich einfach entspannter, wenn ich ankomme, auch wenn es ein Flieger ist, der eben keine Bar hat, also wenn es eine normale, irgendwie ein 777 oder sowas ist und ich in Anführungsstrichen nur an meinem Sitz bin, aber ich kann schlafen. Ich komme super entspannt an meinem Zielort an und je nachdem, was ich vorhabe, ob es ein Business-Termin ist und ich kann dann wirklich direkt, wirklich fit wie ein Turnschuh in einen Business-Termin gehen und meine Geschäfte dort erledigen. Oder wenn es ein Urlaubsflug ist, dass ich wirklich dorthin gehe und dann auch wirklich direkt, frisch und entspannt in den Urlaub starten kann. Also für mich persönlich startet der oder beginnt der Urlaub eigentlich in dem Moment, wenn ich mein Gepäck am Abflugflughafen abgegeben habe, wenn ich das eingecheckt habe und in der Launch bin, da beginnt für mich der Urlaub, weil dann ist, ab dann ist Entspannung pur. Und gesagt, da muss man immer überlegen, was machst du daraus? Nutzt du den Business-Class-Flug zum Networken? Dann lohnt sich das hundertprozentig, dann hast du das Geld in der Regel sofort wieder raus. Wenn du es nur in Anführungsstrichen zum Entspannen nutzt, klar, musst du jetzt überlegen, was ist dir letztendlich deine Entspannung wert? Auf jeden Fall sind diese Flüge eine großartige Gelegenheit, komfortabel zu reisen und richtig coole Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen. Ich bin mal gespannt, was du für Erfahrungen gemacht hast. Schreib mir das doch einfach mal in den Kommentaren oder schick mir eine E-Mail an redaktion.tomstalkdom.com oder hinterlass mir eine Nachricht auf fragtom, einfach auf der Website tomstalkdom.com so ländest du am rechten Bildschirmrand so einen kleinen Button, da kannst du mir eine Sprachnachricht schicken. Und ich bin mal gespannt, was dein bester Deal war, den du auf einem Business-Class-Flug gemacht hast und wie viel Geld du dort durch diesen Deal im Endeffekt generiert hast. Würde mich echt super interessieren. Schick mir da eine Nachricht. Ich bin sehr gespannt drauf und freue mich auf deine Antwort. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ganz liebe Grüße. der Tom. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalkdom.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du eine wichtige Botschaft und willst diese endlich mit der Welt teilen? Dann nutze die Macht deines eigenen Podcasts und reserviere deinen Platz in meinem nächsten kostenlosen Podcast-Workshop. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule an und sichere deinen kostenlosen Platz podcastmeisterschule.com Und zu guter Letzt denk immer dran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom. !